Hi meine Lieben und Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Wine & Crime. Mein Name ist Jessi und dass du auf dieses Video geklickt hast, freut mich sehr. Und wenn dir gefällt, was ich zu sagen habe, dann klick doch gerne den Subscribe-Button, lass mir einen Daumen nach oben da oder kommentier doch in der Comment-Section unten drunter. Würde mich riesig freuen und jetzt labere ich nicht lange weiter und würde sagen, wir steppen in unseren nächsten Fall. Den Fall, den ich mir für heute ausgesucht habe, ist sehr grausam und sehr traurig, wie jeder andere Fall natürlich auch. Er handelt von Lacey Fletcher und ich denke, viele werden mir recht geben in dem Punkt, dass dieser Fall besonders grausam ist, nachdem ihr alle Details von mir erfahren habt und jetzt labere ich wirklich nicht lange weiter und wir beginnen ganz am Anfang. Lacey Ellen Fletcher war eine junge 36-jährige Frau, die in Slaughter, Louisiana, bei ihren Eltern Clay und Sheila Fletcher lebte. Lacey ist in Slaughter aufgewachsen und sie wurde als liebenswerte junge Frau beschrieben. Lacey Fletcher besuchte die Brownfield Academy in Baton Rouge bis zur 9. Klasse, denn danach wurde sie von ihrer Mutter zu Hause unterrichtet. Lacey hatte in ihrer Schullaufbahn auch Freunde gefunden und hielt auch, nachdem sie von zu Hause aus unterrichtet worden ist, eben mit denen weiter Kontakt. Doch mit dem Älterwerden bemerkten alle, dass etwas nicht mit Lacey zu stimmen schien. Laces Eltern gingen dann auch zum Arzt mit ihr und es wurde Asperger Autismus bei ihr festgestellt. Im heranwachsenden Alter bemerkten dann auch ihre Freunde sehr schnell, dass die Interessen Laces und ihre irgendwie auseinandergingen. Denn während die Teenager sich dafür interessierten, auszugehen und Partys zu feiern, waren Laces Interessen, immer noch Disney-Filme zu schauen. Sie lud auch immer mal wieder einige ihrer Freunde zu Filmabenden ein, doch mit der Zeit kam niemand mehr und Lacey wurde immer einsamer und immer verschlossener. Lacey hatte ja diesen diagnostizierten Asperger Autismus, doch ihre Eltern sagten auch immer wieder, wenn jemand nach Lacey fragte, dass Lacey auch unter einer sozialen Phobie litt. Dies wurde jedoch nie von einem Arzt diagnostiziert und basiert nur auf den Aussagen von Sheila und Clay, also Laces Eltern. Lacey zog sich immer weiter zurück, blieb nur noch zu Hause, bis sie dann irgendwann gar nicht mehr das Haus verließ. Menschen, die unter einer solchen sozialen Phobie leiden, haben Angst davor, Kontakte zu knüpfen, zu pflegen. Dazu kommt es erst meistens gar nicht. Das, was für uns, für mich und euch wahrscheinlich normal ist, sich mit Freunden zu treffen und auszugehen, ist bei Menschen mit einer solchen Angststörung meistens der reinste Horror. Ihnen graut davor, sie ziehen sich zurück und im schlimmsten Fall isolieren sie sich komplett von ihrer Außenwelt. Das schien auch bei Lacey der Fall zu sein, jedenfalls laut Angaben von ihren Eltern. Laces Mutter Sheila arbeitete als Gerichtsschreiberin in Baker und auch ihr Vater war dort bei der Staatsanwaltschaft angestellt. Beide hatten gute Jobs, haben schon lange Zeit im beschaulichen Städtchen Slaughter gelebt und waren auch dort angesehene und beliebte Bürger. Manche ihrer Nachbarn oder Bürger des Städtchens beschrieben Clay und Sheila sogar als Säulen der Gemeinde. So involviert waren sie in das Leben dort. Sheila und Clay Fletcher unterstützten viele soziale Projekte und waren sehr, sehr engagiert. Lacey wurde, wie gesagt, mit der Zeit immer zurückgezogener. Familienmitglieder und auch Nachbarn fragten immer wieder nach, wie es Lacey geht. Und die Eltern sagten immer wieder, dass sie das Locked-In-Syndrom hätte. Das Locked-In-Syndrom, zu deutsch das Gefangenseinsyndrom, ist ein Krankheitsbild, welches sich im Gehirn abspielt. Und diese Menschen sind meistens komplett gelähmt, können auch nicht sprechen und die Kommunikation findet hierbei meistens über die Augen statt. Auch dieses Locked-In-Syndrom wurde bei Lacey nie von einem Arzt diagnostiziert und basiert ebenfalls nur auf Aussagen von Sheila und Clay Fletcher. Die Jahre vergingen und viele Einwohner von Slaughter wussten nicht einmal mehr, dass die Fletchers eine Tochter haben. Dies würden jedoch alle erfahren. Denn am 3. Januar 2022 rief Sheila Fletcher den Notruf in Slaughter. Dort teilte sie mit, dass ihre Tochter Lacey nicht mehr atmen würde und sie dringend einen Rettungswagen benötigte. Dieser traf auch kurze Zeit später dort ein. Doch welcher Anblick sie dort erwarten würde, darauf waren sie nicht vorbereitet. Und ich glaube, so wirklich vorbereitet darauf kann man auch gar nicht sein. Schon beim Betreten des Hauses der Fletchers kommt den Sanitätern ein, wie sie später beschreiben, bestialischer Gestank entgegen. Sie betreten das Haus der Fletchers und auch das Wohnzimmer, wo sie die 36-jährige, leblose Lacey Fletcher auf der Couch vorfinden. Lacey ist abgemagert. Sie wog zu diesem Zeitpunkt knapp 30 Kilogramm und das als 36-jährige Frau. Und Lacey lag in ihren eigenen Fäkalien. Sie war mit ihrem eigenen Kot übersät. Der Kot war in ihren Haaren. Er wurde in jeder Körperöffnung Lacey's gefunden. In den Ohren, sowohl in der Nase als auch in ihrem Magen. Lacey's Körper war übersät mit Larven, Fliegen, Mücken, Bissen und Lacey wurde auf dieser Couch halb liegend, halb sitzend in einer Kuhle gefunden. Also die Couch, auf der sie gelegen hatte, war derart durchgefressen oder durchdrängt, dass sich dort ein Loch gebildet hat, in welchem Lacey eben versunken war. Die Sanitäter beschrieben dann auch später, dass sie Lacey's Körper kaum von der Couch unterscheiden konnten. Und auch als sie den Körper lösten, wie sie beschrieben, war es ein Horrorszenario, was sie sich da ansehen mussten. Lacey's ganzer unterer Körper war schon quasi zersetzt. Die Sanitäter vermuteten schon vor Ort, dass Lacey dort schon mehrere Jahre so gelegen haben muss und dass sie sich halt wund gelegen hat, bis auf die Knochen. Ihre Haare waren verfilzt zu einer einzigen Matte und auch diese war übersät von Lacey's eigenem Kot. Später bei der Obduktion werden auch Schaumstoffreste des Sofas in Lacey's Magen gefunden, was darauf wohl schließen lässt, dass Lacey vor Hunger die Couch gegessen hatte. Bis der ganze Autopsiebericht fertig ist, dauert es ganze zwei Monate, denn es ist sehr, sehr schwer herauszufinden, woran Lacey Fletcher letztendlich gestorben ist. Ihr Körper weist viele verschiedene Indikatoren auf, welche darauf schließen könnten, dass sie daran gestorben ist. Die Gerichtsmedizin schreibt dann aber in ihrem Abschlussbericht, dass Lacey wohl an Unterernährung gestorben ist und an einer Sepsis. Weiter steht in dem Autopsiebericht, dass Lacey wohl schon seit über zwölf Jahren in diesem Zustand gewesen sein muss. Es stellt sich auch heraus, dass Lacey Fletcher seit über zwanzig Jahren das Haus nicht mehr verlassen hat und auch keinen Arzt mehr gesehen hat. Clay und Sheila Fletcher werden beide verhaftet. Dies passiert Anfang Mai diesen Jahres 2022. Und die beiden sagen aus, dass Lacey sich eben zurückgezogen hat, sie eines Tages beschlossen hat, auf die Couch ins Wohnzimmer zu ziehen, dieses Wohnzimmer nicht mehr verlassen wollte. Sie mussten sie zwingen, sich zu waschen oder Nahrung zu sich zu nehmen, welche sie meistens verweigert hatte. Clay und Sheila sagen weiter aus, dass Lacey in der Lage war, sich auch selbst zu versorgen, was sich ja mit den Aussagen von Nachbarn und Familienmitgliedern widerspricht. Denn denen wurde ja erzählt, dass Lacey unter diesem Locked-in-Syndrom litt. Wie ich euch ja vorhin erzählt habe, können Menschen, die darunter leiden, sich nicht bewegen, also auch nicht selber versorgen. Dies waren die Aussagen von Clay und Sheila, als sie gefragt worden sind, warum sie ihre Tochter zu keinem Arzt gebracht haben oder einem Therapeut. Sagten sie ja, dass ihre Tochter nicht krank gewesen war und selbst, wenn sie versucht hätten, Lacey dazu zu bringen, einen Arzt zu sehen, hätte diese es wahrscheinlich verweigert und sich dagegen gewehrt. Versucht haben sie es jedoch nicht. Sheila und Clay Fletcher werden für eine Summe von über 300.000 Euro auf Kaution freigelassen und warten nun auf ihre Gerichtsverhandlungen. Sie haben auch ein offizielles Statement verfasst, in welchem sie sich an die Öffentlichkeit gewandt haben. Und in diesem Statement warten sie darum, in Ruhe trauern zu dürfen, nicht belästigt zu werden. Sie möchten keine Interviews geben und in Ruhe den Tod ihrer einzigen Tochter Lacey betrauern. Und das in Ruhe und nicht unter Aufsicht der Öffentlichkeit. Der Fall wurde auch schon einer Grand Jury vorgestellt und als denen dort Bild und Videomaterial gezeigt worden ist, musste die Beweisführung immer wieder unterbrochen werden, da es der Jury teilweise so schwer fiel, sich das Ganze anzugucken. Wie gesagt, es war ein Horrorszenario, was die Sanitäter und die Polizisten dort vorfanden, welche als erstes am Tatort waren. Ein Polizist hat auch ausgesagt, dass dies wohl der schlimmste Fall von Vernachlässigung gewesen war, den er je in seiner Karriere erlebt hat. Wie gesagt, Sheila und Clay Fletcher warten auf ihre Gerichtsverhandlung. Sie sind angeklagt wegen Mord zweiten Grades. So, meine Lieben, jetzt am Ende ganz kurz meine Meinung. Also, ich finde es einfach nur eine Frechheit, dass diese Fletchers, welche sich Eltern nennen, noch darum bitten, in Ruhe zu trauern. Ich bin der Meinung, dass sie ihre Tochter in diese Situation gebracht haben. Also, sie haben über Jahre ihrer Tochter beim Vegetieren zugeschaut. Ich meine, selbst wenn sie nicht essen wollte und trinken wollte, sich nicht waschen wollte, dann hätte man sie zwangseinweisen müssen. Meiner Meinung nach, egal wie schwer es einem fällt, alles andere ist besser als das, wofür sich diese beiden Menschen entschieden haben. Den Nachbarn und der Familie haben sie erzählt, dass sie unterm Locked-in-Syndrom litt. Jetzt versuchen sie, sich aus der Affäre zu ziehen und sagen, nee, das stimmt alles gar nicht und unsere Tochter konnte sich selber versorgen. Das glaube ich ihnen nicht. Ich denke, Lacey war schon sehr eingeschränkt und sie hat einfach Hilfe gebraucht, wurde allein gelassen und hat gelitten. Und ist einen viel zu frühen, traurigen und schmerzhaften, tragischen Tod gestorben, welcher auch noch von ihren Eltern verursacht worden ist. Das ist meine Meinung. So, meine Lieben, kanntet ihr den Fall? Es ist ein ganz aktueller Fall aus diesem Jahr. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr davon gehört habt. Ich war fassungslos, dass es solche Menschen gibt. Ich bin immer wieder fassungslos. Und genau, wie fandet ihr den Fall? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst uns diskutieren. Und danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sind fast 500 Leute. Abonniert, wer noch nicht abonniert hat. Liked, wer noch nicht geliked hat. Und schreibt mir eure Meinung immer wieder gerne in die Kommentare. Guckt euch auch gerne meine älteren Videos an. Sind ja schon einige hier auf diesem Kanal vorhanden. Noch einmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich liebe euch. Tschüss! Ich liebe euch. Tschüss!